herzlich willkommen zurück wir sind jetzt im fenster funktionsform dein ziel für dieses video ist die äquivalenz von umformung einer geraden gleichung das heißt wir haben in einer eine geraden gleichung in einer form gegeben in der wir sie nicht gut in einem koordinatensystem daschen können und unser ziel ist es an dieser geraden gleichung durch äquivalenz umformung in die funktionsform zu bringen in dieser aufgabe sollen wir nun die geraden gleichung die hier gegeben ist in die funktionsform y ist gleich kammer mal x plus d bringen und dazu verwenden wir natürlich äquivalenz umformungen versucht das zunächst bitte kurz alleine und pausiere dazu das video gut also unser ziel ist es diese gleichung hier in die form y ist gleich k mal x plus d zu bringen das heißt wir wollen dass das y am ende ganz alleine auf der linken seite steht ich schreibe die gleichung noch mal neu hin und drehe die linke und rechte seite gleich um das heißt y plus 5 durch 5 ist gleich 4 minus x halbe wir multiplizieren die linke und rechte seite mit 5 dann erhalten wir y plus 5 ist gleich den bruchteile ich hier gleich auf zwei teile auf wir haben dann die halbe also 2 mal 5 ist 10 minus 10 minus hier haben wir dann x also 5 x halbe nun müssen wir den fünfer noch auf die rechte seite bringt das ist wir rechnen auf beiden seiten der gleichung minus 5 dann haben wir stehen y ist gleich 10 minus 5 ist 5 das ist wir haben minus 5 halbe x plus und hier können wir auch schon erkennen die gleichung hat nun die form y ist gleich k mal x plus d dabei ist das minus 5 halbe die steigung der geraden also das k und das plus 5 hier hinten ist der y-achsen abschnitt d nun sollen wir auch die gleichung hier das koordinatensystem einzeichnen unser y-achsen abschnitt die hat den wert 5 das heißt der schnittpunkt den schnittpunkt bei der mit y-achse finden wir hier bei der y-koordinate 5 können hier den punkt einzeichnen und nun haben wir eine steigung von minus 5 halbe das heißt wenn wir bei x-schritte nach rechts gehen das heißt von x ist gleich 0 zu x ist gleich 2 dann gehen wir minus 5 y-schritte nach unten das heißt bei x ist gleich 2 gehen wir dann fünf schritte nach unten das heißt genau hier auf 0 das ist den zweiten punkt finden wir hier genau auf der x-achse das ganze können wir auch schnell nach rechnen indem dass wir für x den wert 2 einsetzen und uns dann die y-koordinate berechnen y ist gleich minus 5 halbe mal 2 plus 5 hier vorne kommt minus 5 raus minus 5 und plus 5 ist gleich 0 also haben wir auch den zweiten punkt richtig eingezeichnet wenn wir nun die beiden punkte miteinander verbinden dann erhalten wir folgende gerade